Wir sind extra in eine fremde Stadt gefahren, um uns mit diesem Free-Hugs-Schild auf die Straße zu stellen. Ey, ich hab echt Angst, dass mich genau niemand umarmt. Ich frag mich echt, wie die Leute reagieren und ich seh ja nichts, was es, wenn mich wer angreift. Stopp! Ich sollte mir nicht so viele Gedanken machen, sondern mich einfach überwinden. Oh nein, ich seh nichts! Ich seh nichts! Ey, scheiße, ist das nicht zu riskant? Nein, das ist super so.